Willkommen am Stand von Taste France. Wir sind hier, um euch französische Produkte vorzustellen. Und heute möchte ich euch zwei verschiedene französische Produkte in einem Drink vorstellen. Einerseits ein Cidre, Rosy Cidre, völlig, ja ich würde nicht sagen unbekannt, aber in Deutschland sehr unterschätzt. Und einen alkoholfreien Gin. Warum sage ich alkoholfreier Gin? Das kennen ja viele. Aber tatsächlich war das ein richtiger Gin, dem man den Alkohol entzogen hat. Jetzt ist es natürlich ganz schön komisch, einen alkoholfreien Gin, also ein alkoholfreies Produkt mit einem alkoholischen Produkt zu mischen. Und ihr fragt euch vielleicht, warum macht man sowas? Naja, ganz einfach. Mit den 2CL von dem Sober Spirits Gin bekomme ich eben ein bisschen was vom Aroma mit rein, beziehungsweise sehr richtig schön was vom Aroma mit rein. Dann gebe ich von dem hervorragenden Rosy Cidre was dazu. Also eine super einfache Mischung. Habe damit einen sogenannten Low ABV Drink, also wenig Alkohol, aber trotzdem geschmacklich hervorragend. Ein bisschen Korianderspray oben drauf. Und ganz wichtig, darf man natürlich nicht vergessen, direkt aus dem Kühlschrank eine schöne Zitronenzeste. Einmal kurz über dem Glas die Öle verteilen. Dann schneiden wir das Ganze zurecht, dass es auch schön aussieht. Ein kleiner Twist. Oma's Garnish sehr zum Wohl. Oma's Garnish. Oma's Garnish. Oma's Garnish. Oma's Garnish. Oma's Garnish.